Also, ich habe mir jetzt immer die Frage gestellt, wie ich mich diskriminiert fühle oder ob ich mich diskriminiert fühle. Schlussendlich muss ich trotzdem sagen Ja und ich fühle mich doppelt diskriminiert. Warum? Ich bin eine Frau und bin behindert. Und zum Schluss war ich Hausfrau in den letzten 20 Jahren. Also ich denke, Arbeit ist natürlich ein Problem. Sagen wir jetzt gerade eine Teilzeitstelle gibt es viel weniger, was es für Frauen schwieriger macht. Für eine Person wie mich im Rollstuhl ist die Auswahl eigentlich noch viel kleiner, weil man muss einen rollstuhlgängigen Ort haben, wo man arbeiten kann. Und wenn dann eben jemand auch noch ausländischer Background hat, sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt auch noch viel kleiner. Also ich bin polizistisch, bin ich engagiert in meiner Gemeinde. Und vor einigen Jahren bin ich Kandidatin für die Exekutive La Municipalité. Und da ist also wirklich immer die Frage gekommen, wie werdet ihr das machen? Wie werdet ihr Dokumente lesen können? Wie werdet ihr euch bewegen? Und das wird ja die Kosten, weil man muss jemandem engagieren, für euch zu helfen und 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 und. Und da haben sie immer gesagt, das ist nicht eure Kapazität, die wir infrage stellen, sondern eure Behinderung wird Probleme stellen. Verbessern sollte man erstens alle benachteiligen finanzieller Art, sei das mit Lohngleichheit, mit auch sozialversicherungsrechtlichen Unterschiede, die es teilweise noch gibt. Und ich sage immer, das Geld ist nicht etwas, das eine Behinderung aufheben kann, aber es ist etwas, das gewisse Nachteile auch kompensieren kann, weil man dann mehr Möglichkeiten hat. Also gut, zum Glück gibt es das Gesetz, weil das ist natürlich unentbehrlich. Aber was man vor allem muss machen, das ist eben, man muss die Köpfe der Leute ändern können. Das ist das Denken. Das einfach uns mit einem langen Blick anschauen können und akzeptieren als volle Person und nicht immer die Behinderung sehen. Also gut.